Hallo und herzlich willkommen zu allen neuen Let's Play von Super Mario Odyssey. Wir sind hier gerade stehen geblieben, haben die ganzen Monde gesammelt. Und suchen jetzt noch ein paar weitere, einfach in zwei schnellen Parts und... Naja, wer hat denn das geschafft, du musst auch schnell hin, weil wir müssen die Quests nicht auf einmal machen. Aber wenn wir halt immer, wenn wir es sehen... Nein! Das hast du gemacht! Verdammt! Wurscht! Oh, was fangst du natürlich? Ich wollte gar nicht da hingehen, ich gehe mit dem Schaf. Du bist mit dem Kamm... Ja, aber ich wollte da gar nicht hin, du bist ja in Richtung Odyssey gegangen. Ich wollte Richtung Schaf gehen, und du bist in Richtung Odyssey gegangen. Ja, weil ich geschaut habe, ob da hinten was ist. Nein, eben nicht, da ist ja nie was. Doch, hier? Ja, wow, ich wollte da was zum Schaf gehen, wer hat denn das Schaf ja schon. Warte mal. Mach mir das mal. Ja, das machen wir dann gleich, jetzt habe ich das... Ja, wir sind die ganze Monde weg. Oh, das ist Polarland. Polarland. Hier gibt es den Monde, ja. Und den, den, der Monde für dich. Geheimfall, zu den Schlotten kommen. Ja, jetzt ist die Odyssee da. Aha. Das ist irgendwie wieder komisch. Die Odyssee ist drüben, wir reißen ins Bild, und dann ist sie da. Finde ich auch, weil das hätten wir irgendwie wegmachen müssen, weil das kommt jetzt voll unten hin. Steht über. Wir kommen immer wieder zurück. Weißt du, kann bei euch theoretisch der Unterrenner-Metolde sie wieder da herressen. Ja. Ich bin schon gespannt, wo die Odyssee, also wo die, wo das Pilz Königreich jetzt angezeigt wird. Wie meinst du das? Na ja, an welcher Stelle leben Königreich überhaupt, das ist eine komplette eigene Special-Weltes. Ach so, du meinst die Reihenfolge, oder wie, wenn man es... Ja, wo das, wo der Pilz Palast, das Pilz Königreich, jetzt sich jetzt auf der Karte befindet. Oh ja, eher an der ersten Stelle. Also. Vor dem Hutland. Okay. Siehst du, da hat man, da hat man gleich den Schafkasten, da hat man rein. Warte, wo waren sie in München? Wir hatten gleich den Schafkasten am Anfang, wenn ich bei der Odyssee, und da wollte ich auch noch hin, und... Wo ist sie? Jetzt ist es weg. Ja, aber die haben es, glaube ich, dahin getrieben, also... Oh, da ist es. Da wollte ich auch noch hin, ich wollte nicht die Odyssee. Hey, der Mond zählt für da, und hier hat doch die Silfenbote. Na, die... Ne, 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 ich will den Namen welkomst direkt führen. Ach so. Ja, das ist ein Schafkast. ich bin mir schon falsch wird die schaff ich weiß nicht dass wir sind die richtung hey cool dass sie links buch ist wachsen ein schönes richtig der mond für dich kurz flora samen im garten Juhu. Warte, da hinten ist... Ich glaube, da hinten da noch gar nichts. Okay. Geil. Was willst du haben? Ich bewache das jetzt und dann mit dem Gummo, den sie sich nicht holen. Ich habe gar keine Angst. Wirklich nicht. So, wir müssen seine Gummo verkleiden und zu ihm hin. Aber er hat keine Angst vor Gummo, also... Ja, das heißt, er hat Angst vor Gummos. Also wir müssen unseren Gummo holen und mit Gummo hin. Hui. Gehen wir mal runter runter. Alles ist absolut toti. Das gibt es auch in jeder Welt, solche, die sagen nicht, ich habe keine Angst vor dem und dem und dem Feind und dann... Die haben auch Angst. Ja. Alle Angst toads. Ah! Mal sehen, wie... ...wie schreckfrei er wirklich ist. Also. Wie kannst du das? Also, das holen. Okay, so geht es auch. Ja. Passt. Jetzt haben wir noch einen Mond mehr. Genau. Ich frage mich noch immer, wie die Quest geht für die... für die Gummo-Dame. Für die Gummo-Dame. Ist da eine Röhrer unten? Okay. Ja, da steckt ein Apfel drin. Yay. Also, das Joschi, können wir dich das holen? Mein Joschi ins Wasser kommt, aber schwindet er. Okay. Dann gehen wir rausfahren, also öffnen Goomba. Ach so. Naja, wir sind viel langsamer. Bestimmt. Nee. Bei mir kann ich keinen Hexpunkt machen. Ja. Und die Blumen machen mich noch schneller. Ja, aber die... Schau mal, wie wir werden am Mond machen. Was heißt das? Sind es wieder die Goombas? Ach so, ne. Es gibt ja welche mit Herz und welche, die die Goombas gibt. Oh, der... Ich glaube, das ist nicht zu weit von. Das Schaf. Was ist da? Da drüben, ja? Ja, das. Und das wird hier so die Quest-Helts noch nacheinander erfüllen. Und jetzt nicht warm machen, wenn wir so Schafe in der Nähe haben. Ja. Wenn es nicht wie 10 Meter weiter daneben hingeht. Was? Was machst du? Oh. Na, das ist nicht. Weil ich diese Blume da hatte, das ist ja, bis das hin geht's. Und ich wollte eigentlich zu dir zurück, hab im Y gedrückt. Und... Geld, 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 Geld. Nein, Geld. Nicht geschafft. Das sind Schattes. Ich glaube, die zählen nicht. Dann müssen wir wieder von neuem, sobald wir Speichern beenden, weil es ist keins mehr da. Das ist blöd. Also müssen wir die Quasette auf einmal machen. Ja. Dann geht das doch nicht. Okay, schade, weil die Mone werden ja gespeichert, wenn wir gesehen haben. Die Mone schon, aber anscheinend die Schafe nicht. Schade. Aber wir schafen das schon. Dann schauen wir, dass wir jetzt drauf finden und den nächsten Part drauf finden. Da haben wir unseren Zerpars abgeschlossen. Weil es sechs Stück sind ja. Da haben wir noch... Äh, wo, äh... ...Winzeln. Ja. Ja, wo schauen wir jetzt hin? Ähm, keine Ahnung. Die ist aber die... Mit die Oschel können wir sicher, dann können wir noch ein paar Äpfel ja. Wir müssen noch ein paar Äpfel finden. Oder gehen wir zur Zwarzeite rein. Ja, hätten wir es aber eben mal für den nächsten. Ja, können wir auch ein paar Äpfel machen, ja. Es ist da aber noch so ein Ding. Zerpars oder was. Ja, um wohin? Ah, um eh zu dem, da oben, zu dem... Warte, da umschneiden, ja. Zu dem Garten. Da was gefunden. Ja. Ich glaube, das ist ja nicht jede Münze, die wir schon haben. Äh, na, ich glaube, beim Hund. Kann man auch, Munde auch. Ja, kann man eh. Aber... Ich glaube, wir die Münze hatten wir schon. Siehst du, da machen wir den Karten, glaube ich, da noch näher. Also, den... Das war so scharf. Da haben wir schon das nächste Scharf. Und da ist noch eins. Ja, es ist zwar, vielleicht zwei Schafe, die wir hinten treiben können. Dann haben wir schon vier wieder. Und dann haben wir zwei Schafe, die wir hinten treiben können. Und dann können wir zu dem Dett. Zumindest einmal zwei Schafe machen und... Und dann haben wir zu dem Dett. Ah, Borell ist auch noch nicht die Schafe. Da hinten, ja. Ja. Da. Da hinten? Ja, das war eine Pfanne. Ah. Ah, ja, das blöde Schafe, ey. Bleib oben und mich lass runterfallen. Genau. Ja. Das ist schon ein bisschen gemeint. Es kann halt... Es hat halt eine unsichtbare Wahn, das kann natürlich runterfallen. Hey, sind die jetzt wieder weg? Ah, ja. Am scheinemal hast du bestimmte Zeit, wenn du nicht alle auf einmal... Ich glaube, du... Ah, nein, es sind halt... Nee, ich bin eh da, es ist sowieso aus, okay. Wenn du es alle auf einmal haben machen, hast du bestimmte Zeit, das ist auch nur du. Ich glaube nicht. Aber du hast doch nicht das Spiel verlassen. Ja. Ja, jetzt wird drauf gehen. Ja, das ist doch, du können mit deinem nächsten Partner machen. Hey, da schauen wir noch kurz zur Zeit. Machen wir das so. Okay, okay. Wir sind so falsch zu gehen. Wir haben eine... ...telepizierende... ...Käppi. Das muss man ausnutzen. Das hat man nicht alle Tage. Das war es nicht mehr. Das war's nicht so toll. Das war's nicht so toll. Und Schimila spielt eigentlich... Wir haben die Zeit noch gespielt. Oh, die CI. ... ... ... ... ... ... ... ... noch ein wenn wir sie gleich so zehn stücke oder so das finde ich mir voll cool dass man eben da die ganzen monde bekommt ohne dass wir irgendwie etwas tun muss ja ich glaube aber du musst du bist die quest erfüllt haben in den vorher der klarte was eben da unten stehen okay mehr geht es nicht mehr wir haben wir nicht gemacht wahrscheinlich ja aber wenn wir das haben alle von der zeit dann passt dann schauen wir kurz die die müssen noch machen und das müssen wir machen was da unten steht kann ich das mit spezial münze also also dass so oft bis wir das machen was da steht dringend fliehen über alle länder der welt ok äh keine ahnung schnapp die munde 8 sachen haben oder kraft und kraft was meine mit spezial munde spezial münzen sind sie dann müssen sie lernen dass er das nicht kaufen dann gehen wir kurz zum shop schauen was ich lassen können mit dem party mal zu haben oder mit rastik ja schon mal das wirklich kleine sachen kaufen weil in anderen ländern aber auch noch geht es mir für die oder gibt es für man es gilt ich bin jedes lang hat eigene müssen ja aber ja aber jetzt hast du die quest gilt jetzt für system welche eben dass das problem das weiß ich eben nicht ja da holen wir die münzen da oben und nein ich wollte nicht schlagen ich wollte es münze holen und dann reingehen wo ich sind die das mittel das mittel das mittel das mittel das mittel war ich bin jetzt schon mal kurz in den lagen schaden dass ich hoffe man kann jemand zu den stern fach abwärts ist irgendwas wenn du da wünschen Daher kommt im Moment wieder sowas raus. Ja, aber bei 1000 Münzen können wir uns dann wieder 10 Munde kaufen. Dann schauen wir mal zurück zum crazy Dürer-Verkaufsdienst. Und kaufen uns die Katarbelle was. Ah, diese Münchestange, was uns da vorne fliegt. Ja, jetzt haben wir sie nicht. Was, dann können wir noch schnell hin. Und kaufen wir sich noch was. Ja, wenn ich da mal rauskomme. Also Tari, was du hast. Nicht der, nicht der, nicht der. Der, genau. Es geht um den Spezialmünzen. Kommen wir nicht mal. Hast du da? Alles, was du 5 kostet, wir können wir nicht mehr kaufen. Kleinstücker. Bewert. Das hier. Hey, das wird wieder auf die Odyssee geklebt. Schau. Das hier. Das hier. Welches noch, Antony? Nein, nein, das ist wirklich nicht. Nein, nein, das ist fantastisch. Warum genau Sticker? Keine Ahnung. So, und jetzt müssen wir noch, jetzt brauchen wir noch 35. Also, wenn wir noch 31, dann können wir nicht noch welche kaufen. Und was kann man da auch? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Warte, das ist schon das neue Artikel gekommen. Weil... Okay. Warum ist das da? Wir kommen uns weiter. Hey, Luigi, geht's cool. Ich weiß, wir kaufen uns ein bisschen mehr Munde. Ich weiß. Wir kaufen uns Munde? Nein, ich dachte, wir würden wir kaufen, wenn wir wieder so 1000 Münzen haben. Wenn wir gleich 10 haben können. Genau. Und ich hätte gesagt, das, ich hätte gesagt, das machen wir aber dann im nächsten Part. Und... Das wird dann noch schauen, wenn wir auf 1000 Münzen kommen. Und noch vielleicht den anderen anderen Mond sammeln. Und dann bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Wir cruisen jetzt noch ein bisschen rum. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Der Freundschaftscode ist eingeblendet. Ihr könnt gerne noch einen Daumen nach oben da lassen. Und mehrere Kanäle abonnieren. Und tschüss.